Die nächste Rubrik ist Color. Wenn man bisher Farben definieren wollte in CSS, dann musste man das mit diesen kryptischen Hexadezimalwerten. Das kann man in Zukunft auch, muss man aber nicht, denn es gibt jetzt die Möglichkeit, die RGB-Werte direkt anzugeben. Und nicht nur die RGB-Werte, sondern auch die HSL-Werte, also Hue, Saturation, Lightness, Farbton, Sättigung und Helligkeit. Und bei beiden auch mit Alpha-Kanal, also mit Transparenz. Womit wir gleich beim nächsten Thema wären, denn es gibt die Eigenschaft Opacity, mit der man die Deckkraft eines Elements bestimmen kann. Opacity 1 ist vollständige Deckkraft, das heißt, man sieht das Element komplett. Und Opacity 0 ist überhaupt keine Deckkraft, das heißt, es ist vollkommen transparent. Aber, wenn ich hier schon transparent sage, Opacity darf man nicht verwechseln mit Transparenz. Opacity bedeutet halt Deckkraft. Im Web werden überall Farbverläufe eingesetzt, meistens als Hintergrund, aber sie mussten bisher immer als Bilder eingebunden werden. Was schlecht war, weil dementsprechend die Speichergröße und dadurch auch die Downloadgröße der Seite gestiegen ist. Und das kann sich in Zukunft ändern, denn man kann jetzt Farbverläufe, also Gradients, in CSS definieren. Und nicht nur Linear Gradients, sondern auch, also lineare Farbverläufe, sondern auch Radial Gradients, also radiale, kreisförmige Farbverläufe. Das Ganze funktioniert zum Beispiel so, dass man sagt Background und dann dementsprechend Linear Gradient und dann in diesem Beispiel Red Blue, also dass es von Rot nach Blau gehen soll. Man kann natürlich auch weitere Farben hinzufügen. Man muss es auch nicht immer mit Wörtern machen, also Red, Green, Blue, sondern, habe ich hier im Beispiel halt gezeigt, man kann auch diese eben kennengelernte RGB-Funktion nutzen oder eben auch die Hexadezimalwerte oder was auch immer, ist alles möglich. Das Ganze funktioniert genauso für den Radial Gradient. Und man kann auch weitere Parameter angeben, zum Beispiel von wo aus das anfangen soll. Voreingestellt ist Top, dass es von oben anfangen soll und nach unten geht. Aber man kann es auch umdrehen und Bottom sagen, dass es von unten nach oben geht. Oder man kann auch die Gradzahl sagen, minus 45 Degrees oder was auch immer. Man kann auch die Position sagen, x- und y-Wert des Startpunkts und x- und y-Wert des Endpunkts. Also es gibt alle möglichen Arten. Hier sieht man nochmal, dass man den Farbverlauf überall beginnen lassen kann. Und eben weil das so ein großes Thema für sich ist, hier habe ich das nochmal dargestellt, auf der linken Seite seht ihr zwei Farbverläufe und auf der rechten Seite seht ihr die vielen, vielen unterschiedlichen Arten, wie man diese Farbverläufe definieren kann. Dasselbe gilt auch für die Radial Gradients. Und deswegen empfehle ich euch, den Artikel Mod Linear Gradient zu lesen im Mozilla Developer Center. Im Übrigen implementiert Mozilla das als einzige so, wie das W3C das vorgesehen hat. Und selbst Mozilla kann nicht all das, was hier dargestellt wird. Also dauert es noch ein bisschen, bis das wirklich überall richtig implementiert wird. WebKit hat nur die Funktion Gradient und dort gibt man dann als ersten Parameter an, ob es Linear oder Radial sein soll. Der Internet Explorer kann es tatsächlich sogar auch, aber nur als proprietärer Code aus der Zeit, in der Microsoft da seinen Ego-Trip hatte. Ich empfehle euch einfach, CSS3-Farbverlauf-Generatoren zu nutzen, die es überall im Internet gibt. Ihr müsst einfach mal danach googeln und dann läuft das schon. Das heißt, das sind die drei Neuheiten zum Thema Farben bei CSS3. Der nächste Punkt sind Text-Effekts. Genauso wie es ein Box-Shadow in CSS3 gibt, gibt es auch ein Text-Shadow, also ein Text-Schatten. Der funktioniert genauso wie die Box-Shadow-Eigenschaft. Der erste Wert ist die X-Verschiebung, der zweite Wert ist die Y-Verschiebung, der dritte ist, wie weich das Ganze gezeichnet werden soll und der vierte ist die Farbe, also genau wie Box-Shadow. Der Text-Schatten in der Regel nicht unbedingt gut aussehen, wollte ich hier mal ein Beispiel zeigen, wie man das ansonsten noch einsetzen kann. Und zwar, indem man das nutzt, um einen Text plastischer wirken zu lassen und reliefartiger. Hier habe ich auf den Text die Text-Shadow-Eigenschaft angewendet in weiß und mit nur einem Pixel X- und Y-Verschiebung und null Pixel weichzeichnen. Und genau dasselbe für die Box-Shadow-Eigenschaft. Die Ecken sind abgerundet mit Border-Radius und der Hintergrund ist mit einem CSS-Gradient gemacht. Das heißt, solche Buttons können jetzt vollständig in CSS erstellt werden und müssen nicht mehr als Bild eingefügt werden. Hier ist eine Seite von einem Kommilitonen von mir, der diese Text-Shadow-Eigenschaft dort auch einsetzt, um den Text plastischer wirken zu lassen und ich finde, das sieht richtig gut aus. Wie bei den Hintergründen auch, gibt es auch die Möglichkeit, mehrere Text-Shadows zu definieren und dadurch zum Beispiel so einen Feuereffekt zu erstellen. Wenn man ein Element hat mit Overflow-Hidden, bei dem Text abgeschnitten wird, dann kann es unter Umständen, wie hier dargestellt, dem Nutzer nicht auffallen, dass dort Text weitergeht. Und um das kenntlich zu machen, gibt es jetzt eine Eigenschaft namens Text-Overflow-Ellipsis oder Text-Overflow, die nämlich Auslassungspunkte an das Ende des Textes anfügt, um zu zeigen, hier endet der Text noch nicht wirklich, sondern er geht noch weiter. Wenn man das nicht haben will, kann man auch Text-Overflow auf Clip setzen. Es gibt einmal den Wert Clip, dann Ellipsis und Ellipsis-Word. Clip schneidet, wie gesagt, den überstehenden Text ab. Ellipsis fügt Auslassungspunkte an die Grenzen der Box, in der der Text übersteht. Die Punkte werden hinter den letzten Buchstaben gesetzt, der in die Zeile passt. Und bei Ellipsis werden die Punkte hinter das letzte Wort gesetzt, das in die Zeile passt. Das ist der Unterschied zwischen Ellipsis und Ellipsis-Word. Text-Overflow ist wieder mal ein Short-Sand für die beiden Eigenschaften Text-Overflow-Mode und Text-Overflow-Ellipsis. Text-Overflow-Mode nimmt halt diese Werte, die ich eben vorgestellt habe, Clip, Ellipsis und Ellipsis-Word. Und Text-Overflow-Ellipsis definiert, was da an das Ende hinkommen soll. Also voreingestellt sind halt diese drei Punkte. Aber man kann auch selbst einen String definieren, wie irgendwie hier geht der Text weiter oder sowas. Oder man kann auch ein Bild mit der URL-Funktion einfügen. Wenn man ein Element hat, bei dem ein Wort sehr, sehr, sehr lang ist, dann sprengt dieses Wort quasi die Box und geht da drüber. Das kann man jetzt verhindern mit der Eigenschaft Word-Rap-Break-Word. Also, dass das Wort einfach abgeschnitten wird und gebrochen wird quasi. Wenn man das nicht haben will, kann man das auch auf Normal setzen. Text-Shadow, Text-Overflow und Word-Rap sind die drei Neuheiten zum Thema Text-Effekt. Text-Shadow, Text-Effekt.